Heute gibt es Tipps und Tricks mit Holzkeilen. Tipp Nummer 2, Keile zum Herausziehen von Nägeln einsetzen. Ich habe mir hier so einen kleinen Unterlegkeil vorbereitet, um zum Beispiel einen krummen Nagel aus einem Werkstück rauszuziehen. Mit so einem Beilagkeil, mit so einem Unterlegkeil, kann ich mir einmal quasi das Niveau des Nagelkopfes ein bisschen näher an die Klaue heranbringen. Und der Keil wirkt gleichzeitig so wie so ein Hebel, weil er ja eben hier diese gleiche Steigung hat. Und entsprechend kann ich hier recht einfach hingehen und den Klauenhammer ansetzen und dann eben den Nagel rausziehen. Das geht deutlich einfacher als eben ohne diesen Keil. Also Keile können sehr gut helfen beim Herausziehen von Nägeln.